hallo und herzlich willkommen zurück zu hinterm horizont ja wir haben mehr oder weniger noch mitten in der nacht wir müssen mal gucken wie es bei unserem feld aussieht nun mal neun sieht doch eigentlich ganz gut aus hier ja sehr schön die dürfen auch durch sein sehr gut ich bin mir nicht sicher ob wir dann alles hätten noch mal was zu essen zu machen weil eigentlich bräuchten wir wieder was neues aber da fehlte glaube ich eine zutat und ich bin mir jetzt nicht sicher ob wir die jetzt schon kriegen können oder nicht erdbeeren sind noch nicht reif die nehmen mal was bist du denn hier auch flauschi warst du am schlafen entschuldige bitte sind eichhörnchen morgens um fünf am schlafen ich bin mir nicht sicher die ist noch zu jung die nehmen mit das sieht auch gut aus sehen kann zwiebeln sind noch nicht reif okay im moment was haben wir hier doch gerade sagen irgendwas ist doch gerade noch herum geflogen so was haben wir denn hier wir haben einmal karotten was haben wir denn überhaupt gerade moment sommer fördert tag sommer 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 ist okay würde auch theoretisch auf sand ernte bar sein ich bin mir jetzt nicht sicher wie das jetzt von den temperaturen 5 bis 33 licht 60 bis 100 da zieht hier aber flauschi bist du mich gerade am blockieren oder was die tiere eigentlich ganz gut aus machen wir hier noch mal eine rein haben wir noch irgendetwas genau da haben wir noch was bekommen dann können wir das nicht auch direkt mal machen und pflanzen die mal was oder weg schon was hätte auch ne da nicht so da können wir die auf jeden fall rein machen so wasser und so weiter sieht auch noch alles okay aus aber flauschi geht noch hier hier bleiben genau aber nicht direkt auf meinem feld bitte wir haben ganz viele hühner hallöchen ihr süßen hühner das problem ist wir haben immer noch keinen 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 ich muss mal dringend neue körner kaufen genau die habe ich hier glaube ich gepflanzt das waren die körner ohrkorn genau die reihe ist ohrkorn und das hier das waren zwiebel pflanzen das heißt ich habe nur 45 ohrkörner aber ich glaube ich habe auch nicht mehr ich muss mal neu wieder einkaufen na gut wir machen jetzt erstmal alles hier oben rein moment vielleicht kriegen wir doch noch ein bisschen was zu essen rein ich hoffe es zumindest die zwiebel macht er gar nicht ach so weil ich keine mehr hatte okay was ist das hier das waren pilze das heißt ich mache mal die flaumen nach da oben und dann schaue ich ach nee nicht an der werkbank ich will es immer an der werkbank machen ich weiß auch nicht warum ich habe es noch nicht mitbekommen dass irgendjemand an der werkbank was zu essen macht aber ich würde es halt gerne gut und ach doch das können wir machen zumindest einmal das war es dann schon wieder na gut das war was waren das überhaupt moment gemüsesuppe jetzt habe ich gar nicht mehr darauf geachtet ehrlich gesagt was jetzt richtig ist beziehungsweise was jetzt viel ist vom verkauf her ja ich habe schon wieder das problem aber ich habe mein schlaues handy neben mir liegen und damit auch meine seite doch gemüsesuppe war tatsächlich das was am meisten bringt das ist schon mal gut und als zweitmeistes sind dann die bratkartoffeln mit ei die können wir ach doch die können wir doch machen wenn auch nur einmal haben wir nur ein ei ach komm das ist nicht euer ernst oder davon kann ich nichts machen ach ja klar weil ich dir nicht mehr einsammeln konnte weil die daraus ja also weil die hühner sich ja komplett vermehrt haben jetzt ist die frage ich hoffe dass die jetzt noch mal eier legen also zumindest die großen hühner weil ich brauche dringend eier ja was ist denn das hier bitte das sieht aus als ob die beiden die beiden hilft die aneinander geklebt sind das hatte ich glaube ich bisher auch noch nicht okay aber hier ist doch nirgendwo ein ei was ich jetzt gerade nicht sehe oder so was ist denn hier dieses dreckige kleine dieses dreckige kleine ding hier was ist denn das moment das können wir weg machen ach lauf mir doch nicht immer alle vor die füße hier sind aber auch keine eier drin oder dass ich die jetzt hier nicht sehe wegen den blumen aber ich sehe so nichts schade aber gut wir haben ein paar hühner jetzt mittlerweile und die werden ja auch ein bisschen größer das sieht man schon was ist hier schon wieder passiert und nein sind die ich meine hier sind voll bewässert und alles haben super boden hier können wir doch hier können wir noch was aber hin aber sie sind trotzdem beide kaputt auch mann moment die blüte war das jetzt irgendwo wurde das jetzt wieder nicht machen konnte ich bin mir nicht sicher das hat er alles weg okay okay ja gut dann gucken wir noch mal ganz schnell bei dem urkorn hier das aber wasser und so weiter alles okay ganz ganz wichtig damit mir das nicht eingeht was mit dem ja eigentlich nee das ist noch zu jung okay hier ist auch alles okay das ist auch noch zu jung ich wollte eigentlich gar nicht drauf drücken ich wollte das weg machen so ach so ja ich krieg immer die krise wenn irgendwo steht flauschi geht eigene wege ich denke mal nein flauschi verlass mich nicht okay jetzt aber schon wieder mittag der halbe tag ist schon wieder rum bis wir da sind wir müssen uns mal ein wenig beeilen so was höre ich denn jetzt hier war das ein eichhörnchen ja er hat uns ja die super schönen die boden bodenkristalle gezeigt die wir vorher zwar schon mal kennengelernt haben aber die immer noch viel viel zu teuer sind deswegen ja was soll ich sagen weil ich gerade gar nicht wo ich überhaupt hin muss das war nicht monas das ist marco monas laden ist noch ein ganzes stück weiter unten okay gut müssen wir auf jeden fall erst mal dahin finden ja man und man sollte vielleicht nicht unbedingt war das gerade das war die andere oder ja hei hei moment habe ich hier ein fragezeichen hallo game player für mich gibt es nie eine pause der wald wächst auch am wochenende weiter ja schön bis dann hagen hat jetzt nicht viel gebracht diese konversation aber was mit dir aus moos kannst du wenn es blütige moos polster schneiden und diese für griffe von werkzeugen und vieles mehr verwenden okay ja danke schön für die tipps aber es bringt mir alles leider nichts so hier darf ich auch immer noch nicht die bäume ernten was schade ist weil gerade hier haben sie natürlich schöne sachen drin bist du jetzt monas laden jetzt muss ich noch mal gucken doch ich glaube ich bin hier richtig mona so bei dir kann ich alles verkaufen moment jetzt muss ich erst mal ne das sind die bratkartoffeln moment 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 war das richtig mit monas laden weil die gemüsesuppe kostete eigentliche 892 habe ich ja extra aufgeschrieben ne das war bei emma das war nicht bei mona jetzt wäre ich fast drauf reingefallen wo ist in emmas laden jetzt sind ein bisschen oben er doch ein bisschen darüber und dann rechts gut dass ich die preise vorher noch mal nachgeguckt habe ich hätte das wahrscheinlich direkt gekauft mit 600 oder in dem fall wortwörtlich verkauft gut dass ich dann noch mal weil ich meine 200 mehr oder weniger haben das ist schon riesenunterschied nein tut mir das nicht an wo ist ihnen jetzt schon wieder hin ach nee wir haben samstag auch ich hasse euch alle ernsthaft dann kann ich jetzt wieder gar nichts machen moment wo habe ich dieses corn her ich hatte es mir extra aufgeschrieben und habe das natürlich jetzt gerade wieder nicht parat ich bin immer so gut vorbereitet obwohl ich das eigentlich ich muss mir meine große liste machen wo man die wichtigsten sachen drauf stehen tiffany's café clouis restaurant eifrits farmladen war das nicht da aber die haben jetzt glaube ich auch nicht geöffnet oder die laufen mir gerade so eine familie entlang ah nee die gehen nicht zum arbeiten ach verdammt wir haben jetzt 15 uhr dann sind die noch alle im café gucken wir mal ob wir vielleicht mal mit irgendjemand reden können neue quest annehmen können oder so ach das ist doch doof moment warum steht hier jemand alina hallo gameplayerin tschüss ich liebe das achso das töpfern habe ich gerade gelesen hallo helmut wer bist du denn jetzt jack okay ihr wollt ihr alle nicht mit mir reden das ist ja das problem also ihr redet schon mit mir im sommer verzieht wo laufen die jetzt alle hin ich dachte die sitze hier gemütlich im café hallo hallo gameplayerin am wochenende ist immer viel betrieb bei mir im restaurant ich mache ab 17 uhr auf laufen jetzt alle schon zu clouis restaurant oder was tiberius sagt mir auch nichts ich bleibe mal einfach hier stehen hier kannst du alle anklicken ähm emma du blöde kuh bei dir wollte ich gerade was verkaufen hallo gameplayerin habe schon wieder fast nichts mehr in meinen laden wann kommst du das nächste mal mit deinem gemüse vorbei ja wollte ich eigentlich also eigentlich mit gemüsesuppe nicht mit gemüse aber ja wo lauft ihr denn jetzt alle hin ihre säcke hier lena letzte woche haben wir einen kräutertrank bei eugenia versucht zu brauen das helden elixier genannt wird leider ist er misslungen und war nur noch eine schleimige pampa am ende übrig ja danke für den hinweis ich werde es mir merken oder auch nicht äh brietta hi gameplayerin und meine antwort ich vermute du brauchst deine axt axt ist doch wunderbar ich brauche eine hacke aus stahl für meinen garten hacke aus stahl kann ich ja nicht machen ja naja dir kann ich noch nicht helfen dir werde ich helfen du so tim am liebsten gehe ich in clouis restaurant selbst kochen ist nicht zu meinen dingen ja komm doch zu mir gib mir tausend oder zweitausend pro essen und ich mach dir so ziemlich alles was ich kann ähm ja der habe ich schon gesprochen oder ach ne das war das doppelte lottchen hier das ist Lisa ja ab 17 uhr haben die eh offen war das nicht hier das restaurant genau ich gehe nochmal kurz bei marcos laden gucken ich glaube aber nicht dass der jetzt geöffnet hat ach da will man mal weitermachen und dann kommt man direkt ins wochenende rein und dann hat man eh wieder nichts zu tun und ich habe ja auch glaube ich auch nichts mehr was ich anpflanzen kann ich bin mir nicht sicher ähm hattest du eventuell das urkorn ich meine ich hätte es von jemand anderem gekauft aber ich bin mir nicht sicher das sieht doch irgendwie nicht so aus also dass er das hat meint doch urkorn wie viel haben wir denn 11.000 eigentlich spare ich dafür was anderes aber wir müssen wir müssen ja irgendwie wir müssen ja auch eier kriegen und unsere hühner da am laufen halten sozusagen woher wenn man sich jetzt mal die preise angucken was man wie man die sachen bei ihm verkaufen kann gemüsesuppe da gehen auch noch mal 200 runter ist ungefähr genau ach ja die sind ja jetzt preislich gleich oder also ich dachte kann ich keine wasser nehmen bewusstseinskristall zu weit entfernt ach so weil er automatisch da reingegangen ich wollte gerade sagen was macht er denn jetzt ist der eingang ganz links wieso stehen da eigentlich kisten rum hallo nicht da auch was machen eigentlich ich würde gerne musik spielen da kann ich nur ich glaube die ist hier schon am vorbereiten kann das sein ich mache ab 17 Uhr auf ja es sind doch 17 Uhr dann mach mal hin wo sind denn hier deine ganzen gäste ich sehe hier keinen hallo leute wir haben 17 Uhr kommt alle in chloe's restaurant ich bin mit euch quatschen oder auch nicht ich weiß es nicht vielleicht kann ja auch einer irgendwie mal auf dem klavier was spielen das wäre ganz schön ich würde ja gerne was auf dem klavier spielen wobei ich kann glaube ich nur noch alle meine entchen in der realität ich glaube was anderes habe ich schon komplett wieder verlernt was ist denn das hier ist eigentlich nur ja oh endlich sie kommen mal ja guten tag sehr gegrüßt gameplayerin ach das ist alfred unsere beiden kinder sind eine große hilfe sie kümmern sich um viele kleinigkeiten und nachmittags dürfen sie zusammen mit gilberts kindern am fluss spielen das hast du schon mal gesagt deine frau kennt sich auch mit tieren aus ja nein die hat gesagt er kennt sich mit tieren aus ja aber das wollte ich ja alles gar nicht das wismerschen alles und haben es wieder vergessen aber man kann es ja bei mir auf dem blog noch nachschauen ich habe etwas schönes für dich mein mädel oh danke und ich sage dann tschüss anstatt danke das ist warum auch nicht pellkartoffel pellkartoffel mit quark kann man das verkaufen ich weiß ich bin wieder gemein ich will die sachen alle nur verkaufen hallo gameplayerin warst du schon einmal ein kloes restaurant nee wo finde ich das denn ich stehe nur mittendrin da gehen wir immer am wochenende hin hi colin was treibst du so ach ich sträunere so durch die gegend äh anerkennung bei colin hinzugewonnen wieso weil ich eine einfache frage gestellt habe muss die zeit nutzen wenn ich nicht auf dem hof helfen muss musst du viel mitarbeiten auf dem hof das hat der vater zwar gerade schon erklärt es geht so auf dem acker mithelfen und abends mache ich immer unsere laternen draußen an da wird es schön schon langsam dunkel zumindest im winter echt gruselig sag mal das mit den höhlen finde ich echt spannend nimmst du mich mal mit wenn ich groß bin wenn du groß bist weiß ich nicht ob ich das spiel nicht schon durchgespielt habe aber vielleicht schauen wir mal so gerne gehe ich da auch nicht runter danke danke weißt du eigentlich dass mein papa früher auch ein krieger war oh gott nein das hat er gar nicht erwähnt doch er konnte ganz toll mit dem schwer schwer mit dem speer umgehen aber nun liegt das teil nur noch auf dem dachboden rum und verstaubt hallo hier wenn das besser ist als meine waffe dann hier ich nehme die gerne an ich steige manchmal hinauf und spiele damit monster jagen das ist ja super wenn ein kind ich weiß jetzt nicht wie alt er jetzt war ähm mit dem speer monster jagen spielt vielleicht sollte ich deinen papa fragen ob er mir ein paar seiner tricks zeigt das findet er sicher cool geh gleich zu ihm dann kann ich bestimmt zuschauen wenn ihr beide übt sicher Colin das kannst du bestimmt ich weiß nur nicht wo er ist er ist irgendwo nach oben abgehauen glaube ich juhu dann bis später okay bis später ähm ich ich bin ja weit blockiert was mit dir? hallo Gameplayerin yippie am Wochenende gehen wir immer bei Chloe essen hallo Niki ich fand es total scheiße dass ich letztens ins Bett musste als du von den Drachen und all den spannenden Sachen erzählt hast was von welchen Drachen? Niki es gab keine Drachen okay doch sicher gab es die du hast es nur nicht erzählt damit Colin sich nicht in der Nacht fürchtet na gut Niki wie geht es dir denn so? super seitdem ich hier nach Waldheim gekommen bin gibt es endlich etwas Neues ich würde dich so gerne mal auf deiner Farm besuchen und die Höhlen sehen und langsam Niki ich glaube kaum dass dein Papa dir das erlaubt ja leider nicht da hast du recht vielleicht kannst du Mama und Papa ja etwas Tolles schenken und sie dann fragen ob ich dich besuchen darf? raffiniert an was denkst du da? Mama könntest du einen schönen Frühlingsblumenstrauß pflücken und Papa der liebt Bauernsalat und Mama macht den so selten weil sie ihn nicht so gerne isst gut wir probieren das aus hallo? ich kann auch kein kleines Kind hier ja gut mich besuchen okay aber nicht mit in die Höhle nehmen oder so danke große Heldin ich freue mich schon darauf bis später ciao Niki du musst deinen Vater suchen äh Moment du warst das oder? ähm Colin sagte mir du warst einmal ein großer Krieger hm nun ja ich konnte ganz gut mit dem Speer umgehen und hab den ein oder anderen Kampf erlebt bevor ich diesen Bauernhof aufgebaut habe es war ein anderes Leben und ich erinnere mich kaum noch daran würdest du mir ein paar Tricks mit dem Speer zeigen? ich weiß nicht es ist so lange her ja und es gibt momentan so viel Arbeit auf dem Hof hm und wenn ich dir Arbeit abnehme hast du dann Zeit dafür? ja dann würde es gehen was soll ich denn für dich tun? wir brauchen noch viel Heu für den Winter ernte das Heu auf den Wiesen und bring es mir okay aber ich glaube dafür brauche ich die Sichel, oder? hm ich meine dafür brauche ich die Sichel ich hab das alles wieder mal nicht im Kopf ich hab so viel im Kopf, dass ich gar nichts mehr im Kopf hab irgendwie aber ich rede nochmal mit den anderen erst hallo Gameplayerin wenn du lernst dich mit deinen Pflanzen zu verbinden weißt du immer wie es um sie steht vielen Dank Sophie, das war sehr spannend ich hoffe du kannst die Fähigkeit gut auf deiner Farm gebrauchen übrigens wenn du meinen Eltern eine Freude machen willst bring ihnen eine Avocado von deiner Farm äh ich hab keine sie lieben beide Avocados und bekommen hier nur selten welche und schau doch einmal bei Eugenia vorbei sie wollte wissen, ob ich dir das mit den Pflanzen beibringen konnte ja toll, mit der hab ich eben schon zweimal gesprochen aber das hat sie nicht interessiert warum stehst du so in der Ecke rum? ja bis dann ähm, kann man mit dir noch sprechen? ach du Schande, die hat ja auch Preise für die Sachen, ehrlich ich mach ab 17 Uhr auf ja das ist toll dann sehen wir uns irgendwann um 17 Uhr in deinem Restaurant halt stopp hi Gameplayerin bis bald Luke ich bin immer so nett, ne? ich sag nicht hi oder so ich sag direkt bis bald bis bald hallo Gameplayerin ich freu mich schon auf unseren Abend bei Chloe im Restaurant endlich mal was anderes okay, bis bald Michelle hä? Moment, ich hatte vorher den ersten angeklickt so hat der das nicht ingenommen hallo die geht immer noch auf Michelle willst du jetzt mal stehen? ach, das war Helmut, ne? nee, Gilbert hallo Gameplayerin wir Farmer haben niemals frei es gibt immer was zu tun und auch die Tiere wollen gefüttert werden ja, ich weiß deswegen muss ich ja irgendwie versuchen da dieses Korn noch hinzukriegen wo kommt ihr denn jetzt her? ach, die reden alle nicht mit mir hier so nein jetzt Johanna hallo Gameplayerin samstags gehen wir in mein Clues Restaurant dort gibt es auch allerlei Rezepte für zu Hause zu kaufen ach ja Rezepte da wollte ich ja auch geguckt haben mit dem haben wir schon gesprochen Moment, jetzt muss ich doch nochmal eben gucken wie teuer waren denn die Rezepte? die waren aber auch sehr teuer, ne? benötigt Hühner nee, Moment Spiegelei nee, das war Moment Bratgatt nee, Bratgatt habe ich Spiegelei auch? ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher Kürbiske, da brauche ich Puhmilch für Kartoffel, Karotte, Paprika und Zwiebel das wird kompliziert Pfifferling weil es lohnt sich halt nicht Sachen zu kaufen die ich eh nicht machen kann behaupte ich jetzt mal einfach und die kann ich irgendwie alle noch nicht machen Karottensalat ja, aber Karottensalat Moment das habe ich aber doch, oder? das kann ich doch wieso bietet der mir das trotzdem noch an das ist so verwirrend irgendwie weil das kann ich doch schon das wäre eigentlich ganz gut wenn man das so einstellen könnte oder wenn das Spiel das so eingestellt hätte dass der nicht mehr die Rezepte anbietet die man schon hat damit man die oder dass der halt irgendwie unten drin stehen hat du kennst dieses Rezept schon das wäre richtig gut dann könnte man da nämlich gucken und sagen nee, Moment, das kann ich schon und ich nehme was anderes ähm, Paprika, Aubergine damit, achso Tomate kann ich ja auch immer noch nicht machen das ist das, was ich jetzt bekommen habe Pähkartoffeln Zwiebeln und Kuhmilch kann ich auch alles nicht machen ja gut die Wildkräuter die würde ich sogar noch hinkriegen aber die Kuhmilch habe ich nicht gut, die könnte man theoretisch kaufen aber hm, weiß ich nicht nee also Chlo, ihr tut mir leid aber du hast alles so total ausgefallene Rezepte hier äh, ach du mit deiner Axt schon wieder nee, lass mich in Ruhe Kailan Kailan hat nichts zu tun aus Hallo und Tschüss zu sagen naja gut okay ähm wir haben wir haben jetzt noch das mit dem Urkorn gekauft dann würde ich mal sagen nee null so jetzt gehen sie alle wieder raus halt stopp, stopp, stopp ah, geh weg da hier habe ich einen Ladenhüter für dich schön, dass du dich mit Mona geeinigt hast ja, ich bin auch froh wenn ich nur daran denke, dass ich dich losgeschickt habe um Mona auszuspielen hier einfach nur peinlich erfreulich, dass Mona so eine großherzige Person ist hier, nimm dies noch als kleines Geschenk für deine Mühe okay, danke, bis bald Küchenbar, seitlich ach so, das ist so übers Eck ah, okay endlich Zeit für Gemütlichkeit ja, für mich nicht ich muss schon wieder fast ins Bett so, dann wollen wir mal gucken wir wollen eigentlich noch Korn anlegen die Frage ist, haben wir hier noch was frei hier haben wir es gerade frei gemacht da war schon was, ne hier unten bin ich mir jetzt gerade nicht sicher irgendwo habe ich doch achso, rechts habe ich noch was einpflanzen können und dann gucken wir, dass wir hier oben auch noch was reinmachen hier wächst schon was, wie, wo hier wächst schon was, oder? ja hier wächst überall schon was lauf überall drüber überall wächst was ja, super ähm gut, soweit sieht das aber noch ganz okay aus naja, gut, hier unten könnte man wieder ein bisschen mehr Dünger reinmachen das lege ich mal mit nach hier oben das würde ich sonst gerne verkaufen je nachdem, was davon teurer ist ach, ich habe ja noch ein bisschen davon ja, dann muss ich die ja mal eben füttern das ist doch klar mhm und das brauche ich auch noch und das das lege ich gleich noch irgendwie weg so, ähm Moment, dann die vier Hallöchen, meine Hühner ich habe was zu fressen für euch wenn ich euch denn richtig antippen kann, heißt das äh, wo sind die anderen Hühner? die sind doch nicht gestorben, oder? ach so, die sind, oh Gott jetzt habe ich aber für ein Hühnchen habe ich jetzt gerade nichts es tut mir leid es tut mir wirklich leid aber ihr könnt ja das fressen, was hier auch so auf dem Boden ist normalerweise, ne? ich sorge schon für Nachschub ich weiß nur nicht, wie lange es dauert so, Moment ich weiß, dass du müde wirst aber wir müssen hier mal eben gucken hier war nämlich irgendwo da machen wir auch mal was rein da auch das ist soweit noch okay das ist halt, stopp, da war ich gerade da bin mir jetzt nicht sicher, ob da gerade was drauf war aber Hauptsache der Boden ist wieder soweit in Ordnung so, was ist mit dir hier oben eigentlich? bevor ich das vergesse du brauchst auch noch nichts anscheinend ziehen die sich aber schnell da was raus dir mache ich nochmal was Neues rein äh, du hast auch noch ganz viel okay okay, da wächst glaube ich gerade nichts drauf aber das werden wir trotzdem mal ein bisschen verbessern hier äh, ach so kann ich da nicht draufstehen ja, ich hab dich doch verstanden dass du müde bist ich will doch einfach nur dass der Boden überall gut ist so, hier oben wächst ja auch noch irgendwie was okay, da ist es soweit in Ordnung vielleicht sollten wir noch mal eine Folge machen dass ich hier mal rumlaufe mit der Leiter oder ich mach das mal irgendwann ähm, jetzt vielleicht am Sonntag einfach mal so privat oder sowas ich weiß es noch nicht so genau ach so ich hatte die Sichel ja dabei auch, dann hätten wir die Aufgabe ja auch machen können was waren das nochmal? Wieselfahnenblüte, okay was mache ich denn jetzt mit euch hier? tue ich das mal so da rein das Problem ist alt die uralten Goldmünzen, ne ich bin mir nicht sicher ähm, Moment da kann man die Hälfte nehmen ich nehme mal eine mit wenn wir verkaufen dann will ich mal wissen ob wir dafür Geld kriegen weil wir haben ja einige davon da und dann will ich wissen ob das so funktioniert wie ich mir das vorstelle äh, hab ich noch irgendwas im Inventar außer die Sache nein, hab ich nicht dann würde ich sagen ich lege mich jetzt erstmal eine Runde aufs Ohr ich mache jetzt auch erstmal für heute Schluss mit dieser Folge und ja, entweder sehen wir uns dann am Sonntag quasi wieder oder ich nutze den Sonntag einfach mal um hier so ein bisschen ähm, in der Gegend rum zu laufen und zu gucken ob ich da noch irgendwo, ähm, Bäume abernten kann und dann sehen wir uns am Montag wieder wenn ich die Sachen wieder verkaufen kann eins von beiden muss ich mal bis zur nächsten Folge Ciao Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer BeatKrieg Cornelia Völkner Markus K. und Timothy Nasu Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo lasst doch gerne einen Kommentar da und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge Ciao